Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Fullface Schminkie für dich, was eine Freundin sich von mir gewünscht hat. Und zwar geht es um die Marke L'Oreal. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja Maddi, das hast du dir gewünscht. Und deswegen mache ich dieses Video nicht nur für dich, ich stelle es online. Also viele andere können es dann auch sehen. Ja, tatsächlich hat sich das auch ganz gut angeboten, wenn ich ehrlich sein darf. Sammy, was wird bei dir? Ja, er schüttelt sich, weil L'Oreal ist nicht hierversuchsfrei. Das ist eine Marke, die etwas umstritten ist, sage ich jetzt einfach mal so. Aber ich habe das ein oder andere schon da gehabt. Manche Produkte habe ich mir dann auch noch gekauft. Zum Beispiel die L'Oreal X Elisabe Lidschattenpalette und den Lippenstift dazu. Das ist ja diese Marke, die so Hochzeitsmoden herstellt. So, ich starte das Ganze einfach mal mit einem Primer, den ich relativ neu habe. Also den habe ich noch gar nicht verwendet. Das ist der Infallible Magic Essence Drops Brightening Primer Drops Primer. Ich habe natürlich mal eine ganz reguläre Tagespflege drauf mit Lichtschutzfaktor und so. Fancy. Riecht sehr alkoholisch. Glow ist auf jeden Fall am Start und meine Hände haben einen ganz leichten, ganz, ganz leichten Schimmer auch mit dabei. Hält auf, gibt Feuchtigkeit und beruhigt die Haut. Spendet Feuchtigkeit für einen strahlenden und ebenmäßigen Teint. Ist leicht klebrig, aber auch nicht zu klebrig. Die eskaliert im Hintergrund. Das ist die Age Perfect BB Cover Cream. Getöntes Feuchtigkeitsserum, Hydrating Serum, Lichtschutzfaktor 50. Gut, wir werden niemals so viel davon verwenden, dass wir Lichtschutzfaktor 50 erreichen, aber besser haben als brauchen. Und das ist die Farbe 01 Light Ivory. Der Primer ist eigentlich ganz gut eingezogen. Bin begeistert tatsächlich. Der kommt flüssiger aus der Tube, als ich dachte. Huch. Ne? Ich habe hier so einen abgeflachten Pinsel von Ebelin. Keine Ahnung. Den hatte ich mir letztens mal geholt, weil der neu war und ich den witzig fand. BB Cream kann man sich natürlich auch ganz normal mit den Fingern auftragen, aber da muss ich nachher wieder Hände waschen und so ein Kram und nee. Wahnsinn. Also ich finde die BB Cream gerade extrem gut. Die gefällt mir sehr. Also dieser Glow ist der Wahnsinn in Tüten. Ich habe jetzt alles verwendet, was ich hier drauf hatte. Ich bin aber so ein Schwämmchen-Typ, ne? Das heißt, ich arbeite das Ganze jetzt nochmal mit so einem Real Techniques Schwämmchen ein. Den habe ich angefeuchtet, ausgedrückt. Der ist jetzt noch so ein bisschen niebelfurcht. Und ja, damit gehe ich dann jetzt nochmal komplett über mein Gesicht. Arbeite damit das Produkt jetzt nochmal ein bisschen besser ein. Und nehme überschüssiges Produkt ab, damit das Ganze nicht allzu cakey wird. Die sitzt richtig gut auf dem Gesicht, ne? Die Deckkraft ist mittel. Sie hat meine Rötung kaschiert. Sie hat es schön gemacht. Sie gefällt mir. Nicht schlecht. Und sie hat noch eine Pflege mit dabei. Und das spüre ich so richtig, ne? Man sieht natürlich auch den... Ey, morgen... Ey, deswegen verwende ich eigentlich keine... Also, da trage ich eigentlich keine Ohrringe, wenn ich mich schminke. Aber ich wollte das jetzt mal ausprobieren. Wie sehr mich das stört. Ich liebe die Ohrringe, aber... Ganz toll. Also, die sitzt schön auf der Haut, ne? Ich bin jetzt gespannt, wie die sich auch noch weiter verhalten wird. Ich finde, 01 Ivory sieht gar nicht mal so nach 01 Ivory aus. Aber ich bin ja auch schon ein bisschen gebräunt, ne? Deswegen passt das ganz gut. Finde ich eigentlich ganz schön. Schöne Sache. Dann nehme ich mir den Perfect... Nein, doch. Den Perfect Match Accord Perfect True Match Concealer. Das ist dieser hier. Den habe ich schon mehrfach verwendet. Den mag ich ganz gerne. Habe ich in der Farbe 1N Ivory. Den trage ich mir punktuell hier im Innenwinkel auf. Dann hier so einen kleinen Strich unten drunter, weil da habe ich so leichte Verfärbung. Und nach außen hin. Und ich gebe mir den auch schon mal hier unten hin. Da kann ich mir jetzt auch wieder den gleichen Pinsel nehmen, den ich ja zum Foundation-Einarbeiten genommen habe. Um den Concealer einzuarbeiten. Der Concealer hat wirklich eine angenehme Deckkraft und gibt halt auch so Leuchten, Gedönsen. Und das sieht alles so frisch aus, ne? Jetzt nehme ich auch wieder das Schwämmchen und arbeite das noch weiter ein. Natürlich auch auf meinen Augenlidern, weil das ist jetzt auch mein Lidschattenprimer. Sehr, sehr empfehlenswert. Ich bin jetzt auch gleich mal gespannt, wie das so mit dem Creasing und so weiter abläuft. Aber erfahrungsgemäß creased er nicht wirklich. Ich habe aber auch noch ein bisschen was an Glow. Vielleicht trage ich den nachher nochmal über dem Puder und so weiter auf. Aber den verwende ich jetzt schon mal. Das ist von L'Oreal Glow Cherie. Natürlich ist Glow Fluid in der Farbe Light Glow. Kann man tatsächlich auch als Primer verwenden oder was weiß ich. Das kannst du super krass eskalativ aufbauen und so. Das trage ich mir hier auf. Gehe ich jetzt auch nochmal mit dem Pinsel drüber, mit dem ich Concealer und Foundation aufgetragen habe, um das noch ein bisschen besser einzuarbeiten. Ihr seht, ich habe einen Glow. Schön. Das lässt sich schon mal sehen, ne? Ja, vielleicht nicht allzu weit wegstellen. Ich brauche es ja vielleicht gleich noch. Ich habe kein Spray, Fixing Spray, Gesichtsspray oder sonst was von L'Oreal. Deswegen nehme ich hier das Gesichtswasser von L'Oreal. Gebe mir noch die extra Portion Feuchtigkeit und Frische mit dabei. Und das kannst du jetzt entweder so trocknen lassen oder man nimmt sich nochmal das Schwämmchen und geht ganz, ganz zart drüber, dass man quasi kaum das Gesicht berührt. Das sorgt einfach nochmal dafür, dass die feinen Härchen auf dem Gesicht sich hinlegen, das Ganze etwas verbundener aussieht und ja, etwas haltbarer wird auch. Man kann zum Beispiel auch sein Feuchtchen, äh sein Feuchtchen, genau, sein Schwämmchen nicht mit normalem Wasser anfeuchten, sondern eben auch mit so einem Gesichtswasser oder so. Dann hast du schon direkt im Schwämmchen drin. Als Puder habe ich das True Match Super Blendable Perfecting Powder in der Farbe 2R2C Vanille Rosé. Ja, das ist ein Name, der sich reimt. Das ist ja großartig. Das ist halt ein sehr deckendes Puder, ne? Also damit kann man sich theoretisch nicht nur abpudern, sondern man könnte es auch als leichte Base so verwenden. Ähm, ja. Dann nehme ich mir jetzt auch einen ganz großen, entspannten Fluffel von La Haye. Der war ja auch in dieser Kollektion drin. Lad den Pinsel gut auf, aber auch nicht zu viel. Und gehe damit ganz vorsichtig über mein Gesicht. Einfach damit nachher, dass, ähm, hier Blush, Bronzer, Highlighter und so besser auf meinem Gesicht hält, sich besser verblenden lässt. Und, ähm, ja, einfach meine cremigen Texturen halten und sich nicht abstempeln, sobald irgendwer mir ins Gesicht fasst oder, äh, ich mir ins Gesicht fasse oder ich mir eine Maske trage. Für unter den Augen nehme ich wieder diesen Pinsel von ihm, den ich einfach gefühlt die ganze Zeit verwende. Und damit komme ich nämlich viel, viel besser unter meine Augen drunter als mit diesem großen Fluffel. Und kann dann gezielter setten. Ein schönes Puder. Hat jetzt natürlich auch leicht mattiert, aber die natürlichen Öle der Haut werden auch wieder zum, also werden sich wieder mit den ganzen Gedönsachen verbinden und so, ne. Ähm, ja, ich habe trockene Haut. Das heißt, da muss ich jetzt nicht über den Tag nochmal abblotten oder sowas. Wenn man da Probleme mit hat für in der T-Zone, gibt es auch in der Druckerie super schöne Blotting Papers und so, die man sich da holen kann. Joa, aber ich mag Glow. Und so gefällt mir das. Es fühlt sich, hm, ja, ganz gut gesettet an. Also ich habe Setting Puder, Puder, was soll ich gerade sagen? Setting Puder, ähm, die doch etwas mehr Halt geben, tatsächlich. Aber für so leichte Deckkraft noch oben drüber, wenn man jetzt, wie jetzt hier, nur eine BB Cream trägt, ist es definitiv eine gute Geschichte. Jetzt gehen wir back to Bronze. Und zwar möchte ich mein Gesicht ein bisschen aufwärmen. Natürlich, die Foundation ist ein bisschen dunkler. Das heißt, ich sehe gar nicht so tot aus, wie ich das sonst gerne mal tue, wenn ich eine Foundation verwende, die viel zu hell ist. Also das geht eigentlich alles noch. Aber trotzdem, es ist Sommer. Ich möchte sonnengeküsst aussehen. Da habe ich hier den Back to Bronze. Ich weiß gar nicht, ein mattierendes Bronzing Powder. Ich weiß nicht, ob der spezielle Farben hat. Ich glaube, die gibt es immer nur. Doch, das ist die 02 Sun Kiss. Ja, dann habe ich die dunklere Variante davon gewählt. Dann kann ich jetzt auch wieder den großen Fluffel nehmen. Oder ich nehme einen, der ein ganz kleines bisschen kleiner ist. Ich glaube, das bietet sich auch jetzt an. Genau, nehme ich den. Gehe ich auch vorsichtig rein. Hm, ich habe ungefähr nicht auf der Binde. Okay. Ich tupfe das Produkt zunächst auf. Verblende es ganz vorsichtig mit kreisenden Bewegungen. Pass aber auf, dass meine Haare nicht mit reinkommen. Weil ich möchte ja nicht eine scharfe Kante haben, sondern schon so einen relativ natürlichen Effekt. Und ich gebe es auch wirklich in meinen Haarensatz mit rein, damit da nicht so ein weißes Gedönsten halt ist, ne. Ja, das ist jetzt so ein bisschen sonnengeküsst. Und dafür, dass es die Farbe 02 ist, ist der ganz schön leicht, muss ich gestehen. Also, ne, ein sehr natürliches Ergebnis. Ich habe bewusst hier das mal freigelassen, weil es aktuell so ein bisschen im Trend ist, diesen Lifting-Effekt zu machen. Natürlich kann man hier dieses klassische Esig zeichnen. Ich gebe mir auch die Reste vom Pinsel an meinen Hals hier unten drunter, um so einen Schatten zu imitieren. Das gibt dann auch noch mal ein bisschen Definition. Ne, so sieht es dann quasi gebronzt aus. Und so ungebronzt. Was ich jetzt im Sommer halt auch sehr gerne mache, ist, dass ich meine Nase auch mit ins Boot nehme. Das heißt, entweder nehme ich halt nur die Reste, die ich auf dem Pinsel habe. Wenn ich jetzt einen Bronzer habe, der ein bisschen intensiver ist, funktioniert das auch. So habe ich ja ungefähr nichts gemacht. Aber ich dippe sonst einmal kurz rein, kloppe vorsichtig ab und gebe mir diesen leichten Bräunungseffekt auf die Nase. Ich habe Sommersprossen da. Damit betone ich die halt auch ein Stück weit und mache das Ganze ein bisschen sommerlicher, knuffiger. Das war's schon mit dem Bronzer. Also ich finde den, ich weiß nicht, schön tatsächlich, auch wenn er sehr dezent rüberkommt. Aber ich glaube, genau das mag ich eigentlich ganz gerne. Gerade jetzt zu diesem, ja, sehr entspannten Look, den ich heute auch habe, gefällt mir das. Als nächstes möchte ich meinem Gesicht ein bisschen Frische geben und das erreiche ich durch Blush. Da habe ich diesen hier auch aus der Age Perfect Reihe und das ist so ein Verkaufsschlager auch, glaube ich. Blush Satin in der Farbe 101 oder 101 Rose Wood. Der kommt ja auch mit so einem Pinselchen mit drin. Den verwende ich eigentlich nicht. Also ist ja auch noch ordentlich verpackt und da haben wir sogar einen Spiegel mit dabei. Dann nehme ich mir jetzt auch den Pinsel, den ich eben für den Bronzer verwendet habe. Lade den Pinsel entsprechend auf. Und wir haben hier auch einen Schimmer mit dabei. Das heißt, da brauche ich auch keinen zusätzlichen Highlighter. Und dann gebe ich mir den Bronzer, äh den Bronzer, den Blush hier auf die höchste Stelle meiner Wange. Und ich ziehe den auch wieder in meinen Haaransatz rein. Hier vorne gebe ich mir auch ein bisschen was auf und ich gehe auch gleich über die Nase so ein bisschen drüber. Aber vor allem möchte ich den konzentriert hier so aufgeben. Das liftet halt auch wieder. Ich merke gerade, dass dieser Pinsel einfach nicht genug greift. Dann nehme ich mir hier einen von Ebelin. Das ist, glaube ich, so ein Konturpinsel. Den hatte ich mal in der Box mit dabei. Den habe ich jetzt ordentlich aufgeladen. Und dann trage ich mir hier den Blush auf. Auch der ist wieder sehr zurückhaltend und dezent. Aber ich glaube, das ist das, was L'Oreal ja auch so ein Stück weit mit deren Kosmetikprodukten ausmacht. Nicht dieses heavy geschminkte, sondern eher so alltagsmäßig. Ja, so sieht man jetzt leicht gebräunt, leicht errötet und leicht glowy aus. Mir gefällt es. Augenbrauen sind so wichtig, denn die rahmen das Gesicht noch ein Stück weit mehr ein. Ich habe sehr dezente Augenbrauen. Das sieht man ja auch. Ich habe ja auch blonde Haare. Ich möchte dem Ganzen aber halt noch ein bisschen mehr Ausdruck verleihen. Und da habe ich jetzt ein Produkt entdeckt. Das ist Paradise Pomade Ecstatic. Also es gibt ja auch die Paradise Ecstatic, die ich gleich natürlich auftragen werde. Da habe ich die Farbe Blond. Das Coole, was dabei ist, ist das, was dabei ist. Nämlich hier ist auch ein Augenbrauenstiftchen, ein Pinselchen mit dabei. Und wenn man das hier unten aufdreht, das sieht so fancy aus, haben wir hier unten die Pomade. Ich nehme mir auch immer so ein Spoolie mit an die Hand. Das ist jetzt so ein Doppelfieh von Love. Da hast du auf der einen Seite ein Spoolie und auf der anderen Seite ein Pinselstiftchen. Da gehe ich erstmal durch meine Augenbrauen und käme sie so ein bisschen hoch. Dass zum einen Puderreste und Foundationreste und so weiter mal aus den Härchen rauskommen. Und zum anderen, damit ich sie einfach, damit ich sehe, wo meine untere Linie ist. Weil die werde ich zuallererst gleich nachzeichnen. So eine Pomade ist immer relativ hart zuallererst, wenn man mit dem Pinsel reingeht. Und fertig sind die Augenbrauen. Ich mag tatsächlich lieber Stifte, weil es einfacher und schneller bei mir funktioniert. Aber ich finde dieses Ergebnis auch super, super schön. Jetzt kommen wir zur Lidschattenpalette. Und also die hat wirklich super schönes Packaging. Das ist wie so Stoff hier vorne drauf. Fühlt sich total klasse an. Wie so Kunstleder, ne? So schaut sie von innen aus. Sie hat einen riesengroßen Spiegel, neun Farben. Und ich glaube, nur zwei davon sind matt. Hier haben wir jetzt einmal die Swatches. Tatsächlich ist dieser Ton matt, dieser Ton matt. Und dieser Ton ist quasi matt. Und ja, schaut so aus. Ich starte mit dem hellsten mattenton aus der Palette. Und der befindet sich hier oben in der Mitte. Dafür verwende ich einen Blendepinsel von Ebelin. Die Farben sind echt gut pigmentiert. Halt auch staubig, aber dann klopft man die halt vorher ab. Den platziere ich mich hier in der Lidfalte. Beziehungsweise ein bisschen höher als meine reguläre, natürliche Lidfalte. Weil, ähm, ja, ich habe ein leichtes Schlupflied und ich möchte trotzdem, dass man den Look nachher noch sieht. Und auch das war mal wieder ein Reim hier, Leute. Was ist heute hier los? Das ist ja der Wahnsinn. Oh, die riecht, die Palette. Parfümiert. Aber ich mag den Duft nicht so gerne. Mit dem selben Pinsel gehe ich jetzt hier in diesen bräunlichen, matten Ton. Bräunlich? Rötliches Braun, würde ich dazu sagen. Oh je, da hat man richtig viel auf dem Pinsel. Ich klopfe das ein bisschen ab. Und das setze ich mir hier außen in meinen Außenwinkel. Und blende das dann vorsichtig quasi an meinem Knochen entlang. Dadurch schafft man hier außen so eine Vertiefung. Und das ist eigentlich immer eine ganz gute Geschichte, weil das das Auge optisch etwas öffnet. Das kann man dann so lange wiederholen, bis die gewünschte Intensität erreicht ist. Bei mir ist es jetzt tatsächlich hiermit eigentlich schon getan. Ich werde das hier noch ein bisschen ausblenden. Aber ich habe eigentlich vor, einen relativ soften Look heute zu schminken. Als nächstes möchte ich so einen Smudger-Pinsel verwenden. Damit kann man sehr gut Schimmerpigmente aufgreifen. Der ist minimal fluffig. Also nicht so ein ganz dünner, flacher Lidschattenpinsel. Sondern ein ganz kleines bisschen Fluffigkeit hat er mit dabei. Und der kommt jetzt von Lottie London. Der ist vorne gerade. Und damit gehe ich zuallererst in diesen goldenen Schimmerton rein. Da kriegt man einfach so schön was auf dem Pinsel. Und den setze ich mir in mein inneres Drittel auf mein bewegliches Lid. Krass. Also die Palette ist schön. Die knallt. Auch hier ziehe ich mir den Ton etwas höher. Sodass der nicht nur hier auf meinem beweglichen Lid ist, sondern auch bis an den Knochen rankommt. Damit man ihn auch sieht, wenn ich die Augen aufmache. Mit dem selben Pinsel gehe ich jetzt in diesen lila Ton rein. Und den setze ich mir auf die Mitte von meinem beweglichen Lid. Ja, sie erzählt was von einem soften Look, von einem dezenten Look und verwendet lila auf dem Auge. Das ist herzlich willkommen auf meinem Kanal. Das ist normal. Aber dieser lila Ton ist dezent tatsächlich. Die Kanten werden immer wieder verblendet. Das heißt, ich gehe dann einfach mit dem Pinsel so über die Kanten drüber, um das ein bisschen harmonischer zu haben. Und wie sollte es auch anders sein? Nach außen hin setze ich mir selbstverständlich das Grün. Wow. Das wird gut gegriffen. Wollt auch nur ein bisschen. Das kommt hier hin. Wow. Der ist gar nicht mal so schlecht pigmentiert, um das mal so zu sagen. Das ist schon hardcore. Aber das ist eine schöne Kombi. Lässt sich nicht anders sagen. Mir gefällt das. Wenn man dann so wie hier Fallout hat, heißt das, dass der Ton runtergekrümelt ist. Nimmt man einfach irgendeinen Pinsel, zum Beispiel so einen Highlighter-Pinsel, und versucht das wegzuwischen. Das Problem ist, dass ich richtig krass Glitzer-Fallout habe. Oh mein Gott. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen zu retten. Und zwar nehme ich zum einen ein Spoolie. Das war ja der, mit dem ich eben auch schon die Augenbrauen-Pomade ausgebürstet habe. Normalerweise entfernt der nämlich echt schön auch Glitzer von der Haut. Aber so viel ist natürlich hardcore, ne? Das kriegt ja auch nicht gepackt. Dann nehme ich mir jetzt einen Pinsel, wo ich ein bisschen Puder drauf gemacht habe. Und dann überdecken wir das Ganze einfach oder schwächen das quasi ein bisschen ab, dass es nicht ganz so heftig aussieht. Ja, ein bisschen besser ist es, ne? Was ich persönlich auch immer sehr gerne mag, ist, dass ich meinen Innenwinkel hier highlighte, da einfach ein bisschen mehr Strahlkraft reinbringe. Und auch an meinem Braunbogen, um das Ganze hervorzuheben. Dafür nehme ich dann diesen Ton hier und einen ganz, ganz feinen Pinsel. Das ist jetzt hier einer von Kiko. Das ist so eine Art Lippenpinsel, glaube ich, ne? Der ist ganz schmal und fein. Und so sieht dann das Highlight entsprechend aus. Jetzt habe ich noch etwas, was ich betonen möchte. Und das ist mein Unterwimpernkranz. Das mache ich, damit ich das Auge nochmal optisch etwas vergrößere und einfach mehr Dimension reinbringe. Da haben wir ja schon diesen wundervollen Smudger-Pindel sehr lieb gewonnen. Und wir haben noch einen Mattenton in dieser Palette. Das ist dieser hier. Den möchte ich mir so ein bisschen nach außen hin aufgeben, während ich mir den etwas helleren Ton mehr nach innen aufgebe. Hier muss man nur aufpassen, dass es nicht aussieht, als hätte man eine Augenentzündung. Weil das kommt sehr schnell, wenn man so rötliche Töne verwendet. Ich dippe nur einmal vorsichtig mit dem Smudger in den dunklen Ton rein und setze mir das quasi hier so hin. Gehe aber nur maximal bis zur Pupille und dann wieder zurück. Schön verblenden. Da hat man jetzt hier schon so eine kleine Augenkontur geschaffen. Und dann gehe ich in dieses rötliche Braun auch nur einmal kurz, ein bisschen mehr, reindippen. Ein bisschen abklopfen, damit ich keinen Fallout noch mehr kriege. Den setze ich mir dann hier vorne hin und blende den dann auch in den dunklen mit rein. Also jetzt auch von Namen betrachtet, ne? Die Foundation sieht wirklich gut aus. Das ist echt eine geile Geschichte, was hier abgeht. So, die Augen sind farblich auch noch nicht ganz abgeschlossen. Die Palette gefällt mir definitiv. Das ist so eine schöne Alltagspalette, würde ich dazu sagen. Ich habe jetzt maximal viele Farben verwendet. Ich glaube, ich habe alle Farben hier rausgenommen. Nicht ganz. Die beiden habe ich nicht verwendet. Das dunkle Petrol und das helle Beige, Rosé. Ja, aber ansonsten habe ich die ganz gut verwendet. Doch, gefällt mir. Da kann man schöne Sachen mit machen. Und ja, schöne Looks mit schminken, denke ich mal. Aber was ich jetzt noch machen möchte, ist, dass ich meinen Wimpernkranz betone. Denn das gibt mehr Fülle für die Wimpern, die gleich, also für die Mascara, die ich drauf machen werde. Blöd ist nur, ich habe von L'Oreal keinen schwarzen Eyeliner. Ich habe zur Auswahl einen in Türkis und einen in Rot. Und ich glaube, ich nehme Türkis. Einfach, weil ich Bock drauf habe. Das hier, tatsächlich, ja. Das ist Le Liner Signature in der Farbe Türkis 09. Wunderschöne Farbe. Hat auch einen kleinen Schimmer mit dabei. Und den setze ich mir halt von oben direkt auf meinen Wimpernkranz. Wie ein Eyeliner halt. Ich habe sogar einen Wing gemacht. Muss man nicht, ne? Ich hatte da einfach gerade Bock drauf. Das Ganze ist jetzt sehr, sehr, sehr bunt in meinem Gesicht. Aber ich mag sowas einfach. Dann schaffen wir mal Chancengleichheit für die beiden Mascaren, die gleich kommen. Und zwar biege ich mir die Wimpern mit meiner Wimpernzange. Es treten gegeneinander an von L'Oreal die Volume Million Lashes in Extra Black und die Paradise Ecstatic in Waterproof. Die Volume Million Lashes hat ein echt krasses, fettes, flexibles Gummibürstchen. Und die Paradise Ecstatic in Waterproof hat ein erdnussförmiges Bürstchen. Ein Erdnussförmchen. Genau. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also beide Mascaren machen ein schönes Ergebnis. Also jetzt auch, ne? Ihr seht's ja. Ich finde aber die Paradise Ecstatic um Längen besser. Und zwar liegt das daran, dass die Volume Million Lashes Mascara mir persönlich die Wimpern sogar zu sehr verklebt und irgendwie auch so hackelig macht. Seht ihr das? Ne? Und die Paradise Ecstatic ist zwar nicht so extrem Wawa-Woo-mäßig, aber sie definiert die Wimpern mehr. Und das finde ich irgendwie schöner. Können wir kurz darüber reden, wie süß das ist? Ich habe Ihnen in den Schlaf geredet. Der Schleich. So. Dann widmen wir uns jetzt mal den Lippen. Da habe ich einen Lip Liner. Das ist der Colorish Lip Liner in der Farbe 114 Confidential. Das ist hell korall. Ich glaube schon. Sieht merkwürdig aus. Ist halt zum Anspitzen. Und es ist viereckig. Deswegen ist es wahrscheinlich merkwürdig. Wow. Die Farbe leuchtet. Äh. Ja. Das ist wirklich eine Farbe, für die man Selbstbewusstsein braucht. Aber es ist ja nur der Lip Liner. Der ist ziemlich hart übrigens auch. Ähm. Ja. Aber es ließ sich halt ganz okay auftragen. Ich denke, das ist halt einfach einer, der dir nicht so schnell abbrechen wird, wenn du den aufträgst. Das ist schon mal positiv. Aber, ja. Es ist... Man muss schon ein bisschen mehr drücken, ne? Und so über die Lippen drüber fahren. Aber das würde zum Look passen. Ich habe aber auch aus der Elisab Collection mir den, ähm, Musk Impact geholt. Hat diesen typischen L'Oreal-Lippenstiftgeruch. Und so sieht er jetzt auf den Lippen aufgetragen aus. Er fühlt sich wundervoll an. Wie halt immer diese L'Oreal-Lippenstifte, ne? Das ist halt nicht dieses matt, matt, matt. Sondern du hast halt diesen, ja, leichten Lippenpflegecharakter mit dabei, ne? Mir gefällt der Look. Ich bedanke mich von Herzen bei Madi, dass du mich da auf den Trichter gebracht hast, mal die Produkte auszuprobieren und ein Fullface dazu zu schminken. Ähm, ich fühle mich sehr edel und sehr fein. Es ist bunt, aber nicht knallig bunt. Und es ist irgendwie alltagstauglich, auch wenn ich so ein kleines bisschen Farbe mit ins Spiel gebracht habe. Ich mag den Glow. Und ich mag dieses, wie es jetzt aussieht, ne? Es passt echt gut. Und ihr Lieben, schaut gerne in der Infobox vorbei, da habe ich euch die ganzen Produkte verlinkt. Und wenn ich, wenn ich, nein, wenn, ja, wenn ich, ja gut, auch, ja. Aber wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkis. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!